Ja, liebe Leute, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist gestern die Weltsensation passiert, die erste wissenschaftliche Tagesschau heute. Talkshow Demokratie pur ist erschienen, das neue Format. Also wir machen unsere Maybrit Illner, Anne Will, unser Talk im Hangar 7, unsere Markus Lanz, unser Harder Buffet und Maischberger, machen wir im Internetfernsehen selber. Und da seid ihr alle eingeladen, gerade weil ihr anderer Meinung seid als wir. Ja, dort wird mit Redezeit urdemokratisch, kriegt jeder seinen Raum und kann seine andere Meinung darstellen, sein anderes Weltverbesserungskonzept. Ja, deswegen, also, und schaut euch das Video an, das ist die Nummer dann vor dieser heutigen Ausgabe beim Sender News & Talks und meldet euch für die Talkshows. Am Montag haben wir, erwarten wir eine sehr prominente Journalistin aus einem der größten Internetfernsehsender und sind mal gespannt, was sie auch für Weltverbesserungskonzepte hat. Bisher sind vier Leute angemeldet, mal gucken, ob noch zwei, drei dazu kommen. Ja, ich beginne heute ausnahmsweise bei den News für Gebildete mit den Grünen, aber natürlich nicht ohne erstmal unser Tagesbild schön ins Bild zu rücken. Ja, bei den Grünen, da wurde nochmal dargestellt, was würde passieren, wenn die Grünen jetzt an die Regierung kommen, entweder als Koalitionspartner oder hauptsächlich oder als Koalitionsführer. Ja, ja, die Grünen letztendlich, die kümmern sich, ihre Weltverbesserungskonzeption kümmert sich weniger um die eigene Bevölkerung als um die Restwelt. Für die Grünen gilt also auch die Formel, die wir ja auch bei den Fridays for Future, bei Greta Thunberg, bei Luisa Neubauer, Carla Remsmar und so weiter überall beobachten, nämlich, das ist bei Fridays for Future und so weiter, dass es da immer darum geht, dritte Welt first, bloß nicht um die eigenen Leute kümmern, sondern um die anderen. Und das hat natürlich immer das Risiko, dass man Europa wirtschaftlich zerstört und die dritte Welt dann die erste Welt wird und Europa die dritte Welt wird. Und das kann kein Maßstab sein, sondern wenn, erst mal muss eben, wie die NextScientists zur Future.de das sagen, wir müssen Deutschland reparieren, wir müssen in Deutschland die Marktwirtschaft, den Kapitalismus beenden, und dann müssen in Deutschland dann von den 500 Milliarden jährlich eingesparten, volkswirtschaftlich eingesparten Wirtschaftswundergeldern, können wir uns dann eine Vorreiterrolle mit Kodestop 26 und so weiter leisten. Und dann können das die anderen Staaten der Welt machen und dann müssen wir so schnell wie möglich den Weg zu einem weltweiten Emissionshandel starten, der alle Substanzen außer dem, was ein Mensch von Natur aus ausatmet, dann ganz hoch bepreist. Zum Beispiel das CO2 von Tieren, das CO2 von Fabriken und so weiter, das muss dann ganz hoch bepreist werden. Also von daher die Grünen, ja, sehr gefährlich für das Land, würde ich mal sagen. Dann haben wir die AfD, da ging es auch wieder darum, was wäre, wenn die an die Regierung kommt in diesen Internetsendungen. Ja, also letztendlich würden die zum Beispiel mehr Personal für die Polizei zum Beispiel ermöglichen, das nur als Beispiel, das ist überhaupt nicht nötig. Wir können mit einem Bruchteil, wir können viel weniger Personalpolizei haben, wir müssen sie nur eben mit der Wohlfühlstimme und der Sicherheitsgefühlstimme sozusagen, müssen wir die Polizisten dafür belohnen, wenn sie mit den Kriminellen sprechen, richtig sprechen und mit ihnen über einen neuen, nicht kriminellen Lebensweg sprechen. Und wenn sie dafür dann fürstliche, also schöne Verdienstzuschläge bekommen, dann werden sie mal merken, mit wie wenig Polizei wir auskommen, weil die dann das Richtige tun und eben nicht wie jetzt so nach dem Motto, ja, jeder neue Kriminelle ist doch eigentlich nur ein guter neuer Kunde und das ist doch, dann haben wir doch, können wir aufsteigen und können vorgesetzter neuer Polizisten werden. Also darum geht es eben, ja, und dann jetzt unser übliches Corona-Thema, na, erstmal die Bemerkung, wir haben eine Untersterblichkeit im Vergleich zu 2018 erzeugt. Das wird ja immer wieder verglichen, das nennt man Propaganda mit unsauberen Zahlen, ja, es wird ja immer wieder verglichen damit mit zum Beispiel der Durchschnittssterblichkeit von 2016 bis 2019. Die interessiert doch keinen Mensch. Es ist doch entscheidend, bei welcher Sterblichkeit, welcher der höchsten Wintersterblichkeiten der letzten Jahre, wir überhaupt nichts unternommen haben und noch nicht mal einen Piep darüber verloren haben. Das war die Wintersterblichkeit 2018 und nur damit darf man es seriös vergleichen. Denn, und dann kommt man nämlich dazu, dass es nirgendwo eine Übersterblichkeit gibt, sondern wir vielleicht jetzt in Schweden, die fast nichts getan haben, also die sich den Lockdown glücklicherweise erspart haben, haben die möglicherweise, man weiß es nicht, denn schließlich sind die Schweden durch uns wirtschaftlich schwer geschädigt worden, da mag es Selbstmorde aus wirtschaftlichen Gründen geben und so weiter. Dann haben die Schweden eingeräumt, dass sie ein eigenes Problem schon vor Corona mit schlechter Altenpflege sozusagen hatten. Möglicherweise sind dadurch ein paar Leute zu viel gestorben. Aber insgesamt kann man sagen, auch wenn da jetzt mit Schweden an die 4000 Leute angeblich ja an Corona gestorben seien, was ja auch alles nicht feststeht, denn die Mediziner in Schweden werden natürlich auch, machen ja auch Druck in die Richtung, dass sie unbedingt Maßnahmen wollen und so weiter. Und da ist eben dann der Mechanismus schon so, dass die da Umdruck zu machen, natürlich wahrscheinlich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, als Corona-Toten bezeichnen und definieren. Und in die Totenscheine also falsche Dinge schreiben, das ist nicht anders zu erwarten. Insofern ist alles, was zurzeit läuft, gute Propaganda gegen Schweden. Also immer dann, nicht Schweden geht den Sonderweg. Es wird ja immer propagandistisch gesagt, Schweden mit ihrem Sonderweg. Nein, nicht Schweden geht den Sonderweg, sondern der Rest der Welt ist den Sonderweg gegangen und hat seine Sterblichkeiten teilweise weit unter die Wintersterblichkeit 2018 runtergeknüppelt. Und das können wir jetzt jedes Jahr machen, wenn wir wirklich vorhaben, uns total umzubringen und volkswirtschaftlich total zu ruinieren. Und wenn wir Lust haben in Zukunft, dass wir alle von zwei Euro am Tag leben müssen, dann können wir das jetzt jedes Jahr machen und so weiter. Nein, nicht Schweden geht den Sonderweg, sondern wir sind den Sonderweg gegangen. Den ungewöhnlichen, völlig unsinnigen Sonderweg. Ja, im Propagandastil werden bei den Berichten immer die eigenen Kritiker in Deutschland oder in den anderen Shutdown-Ländern nicht genannt. Aber in Schweden oder in Weißrussland, da nennt man immer nur die Kritiker und zitiert die und lässt die zu Wort kommen. Aber die werden vorrangig berichtet. Aber das Peinliche ist doch eigentlich nur, warum berichtet denn in Schweden niemand in die Kamera hinein, dass er plötzlich im Bekanntenkreis anstatt im letzten Jahr zwei Tote, von denen er gehört hat, jetzt plötzlich 20 von 20 Toten hört. Und dass plötzlich die Bestatter dann in die Kamera rein sagen, ja, wir haben jetzt dreimal so viele Aufträge wie im letzten Jahr und wie 2018. Das wird nicht gebracht, weil es nämlich in Schweden seriös niemand sagen würde. Ja, weil es nämlich nicht vorkommt. Ja, dann haben wir hier Ramelow. Endlich ein vernünftiger, ja. Ramelow in, ich glaube, Thüringen ist das, will für sein Land den Lockdown total beenden. Ja, endlich. Anfang Juni. Endlich, ja. Und ja, und dann kommen so Meldungen und Sendungen, ja, liebe Fridays for Future. Da gibt es ganz viel Initiative in der Wirtschaft, dass der Klimaschutz jetzt erstmal gestrichen wird, ne, denn jetzt haben wir Wichtiges zu tun, ja. Dann gibt es Sendungen darüber, naja, Deutschland zu einem Radlerland zu machen. Das wäre doch jetzt mal was, wäre eine gute Gelegenheit, jetzt diese Sonderspuren für Radfahrer beizubehalten, ne, und fest zu verankern. Spanien rebelliert übrigens auch heftig gegen den Corona-Shutdown. Die sagen auch hier, Leute, ihr bringt uns um mit eurem Shutdown. Ja, so ungefähr jedenfalls. Die Sendung Kulturzeit, das scheint doch eine öffentlich-rechtliche Fernsehsendung zu sein, die spricht so ungefähr in Richtung plötzlich, dass es fast so klingt wie unser Wort von der Medizindiktatur, ja. Ja, ganz kurz die Beweisführung, wie kommt es denn zur Medizindiktatur, ne, also wie entsteht denn sowas, ja. Also hier, wir haben wieder den ersten Früharzt der Evolution, der lebt in der Wahrheit und sagt, ja, entscheidend ist, dass ihr weiterhin so toll, liebevoll in euren Kommunen lebt, dass ihr nur naturbelassene Nahrung zu euch nehmt und alles andere ist unwichtig. Das sehen wir nicht, weil es unwichtig ist. Unsere Augen müssen es nicht sehen, weil es unwichtig ist. Diese Kleinstgeschichten sozusagen, wenn ihr ein starkes Immunsystem habt, braucht ihr euch darum nicht zu kümmern. Und dann irrt sich irgendwie zum Beispiel der tausendste Frühheiler hier, der irrt sich. Und der sagt genau das Gegenteil. Der sagt, nein, ihr könnt ruhig die moderne, denaturierte Nahrung essen. Die ist genauso gesund, daran liegt es nicht. Nein, aber dieses Winzige, was ihr nicht seht, das ist total gefährlich. Und da müsst ihr meine späteren Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Operationen, Schimmotherapien kaufen. Und nur so könnt ihr dann gesund bleiben. Und das glauben die Leute. Essen sich krank. Der hat Dauerkunden, muss ständig, kann ständig was verkaufen. Man kann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel begründen und ist damit der Vorfahre von so Leuten wie Professor Drosten. Und dadurch, dass die lauter Hunderte von solchen ähnlichen marktwirtschaftlich, medizinischen, gewinnbringenden Irrtümern aufweisen, sagen sie uns, was wir zu tun haben. Und dann entsteht so etwas Ähnliches wie eine Medizindiktatur. Nur, dass diese Leute keine bösen Absichten haben, sondern sich einfach nur irren, weil ihr ganzer Studiengang nur aus gewinnbringenden Irrtümern besteht und aus sonst nichts im Wesentlichen. Und das erkennen ja die ganzen guten Ärzte. Die ganzen guten Ärzte erkennen ja, da stimmt was nicht mit unserer Medizin. Die kümmern sich dann um Lebensstilmedizin, Ernährungsmedizin oder kritisieren den falschen Umgang mit Zahlen in der Corona-Krise. Und hier nochmal ganz deutlich zu sagen, wodurch kommt es, was ist die Ursache für diese gewinnbringenden Irrtümer? Das ist die Marktwirtschaft, die Dr. Markus Krall, Prof. Hans Werner sind, aber auch sozusagen Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie idealisieren und verharmlosen, weil sie dieses nicht erkennen, denen fehlt die zentrale neue Erkenntnis der nextscientistsforfuture.de, nämlich, dass die Marktwirtschaft, der Kapitalismus seine größte Gefährlichkeit dadurch entfaltet, dass er gewinnbringende Irrtümer erzeugt. Und die erzeugen dann Krankheiten, Kriege, also alles mögliche Theater, und indem wir seit Jahrzehntausenden leiden, das wurde alles durch den Markt, durch die Marktwirtschaft erzeugt. Aber soviel zur naturwissenschaftlichen Beweisführung. Und dann haben wir wieder unser Tagesbild zurück. Ja, insofern, aber immerhin, Kulturzeit hat sich da mal positiv entwickelt in der Sendung. Ja, eine zweite Welle ist durchaus möglich, weil wir haben ja alles dafür getan, die zweite Welle zu kriegen. Dadurch, dass wir eben den Sonderweg gegangen sind und die Sterblichkeit runtergeknüppelt haben und die normale Wintersterblichkeit von 2018 weit unterschritten haben, sind jetzt natürlich lauter nicht resistent gewordenen, nicht natürlich geimpfte Menschen noch übrig. Und die könnten jetzt natürlich auch wieder krank werden, ja. Nur, warum machen wir es dann nicht jetzt wenigstens wie Schweden und ignorieren, also oder wie Weißrissland und ignorieren dieses Virus, damit wir, und nur, wenn wir jetzt eine Sterblichkeit kriegen, die diese 25.000 Grippetoten von 18 übersteigen würde, dann können wir ja immer noch dann wieder Maßnahmen machen. Und ja, also Maßnahmen dann, wenn tatsächlich alle Krankenhausbetten mit Corona-Patienten voll sind. Das ist allerdings gefährlich, weil damit überlassen wir den leichtfertigen Gefährlichkeitsüberschätzungen der Ärzteschaft, quasi die Entscheidung darüber, ob unsere Wirtschaft einen Total-Lockdown bekommt. Das ist gefährlich. Machen wir es doch lieber so, dass wir gucken, mit dem Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, Wenn die Zahlen sich den 25.000 Toten des Winters 2018 nähern, dann machen wir wieder Maßnahmen, bremsen das Ganze ein bisschen runter. Und ansonsten ignorieren wir jetzt mal, wie Ramelow, das Virus. Ja, und schade, dass er ab Juni erst will und nicht sofort. Jeder Tag ist schon zu spät. Wir sind alle schon zu spät dran. Die Maßnahmen hätten wir ja möglicherweise gar nicht machen sollen, wie die Weißrussen und wie die Schweden. Die werden am Ende als die einzigen Vernünftigen dann dastehen. Eben weil sie irgendwie der Medizin misstrauen. Warum? Der weißrussische Belarus-Präsident, der hat eine kapitalismuskritische Schulung im Kommunismus gemacht, in dem Pseudokommunismus, muss man sagen. Und dadurch ist er skeptisch, wenn da also eine kapitalistische Industrie, wie die Medizinindustrie, ihm irgendwas sagen will, wo es lang geht, dann wird er skeptisch. Und dann der Teknell, der hat den großen, von Schweden, der hat den großen Fehler gemacht, dass er auf die Schweinegrippe-Geschichte reingefallen ist und dann viele Leute Impfschäden hatten durch seine Schuld, weil er die Leute hat impfen lassen sozusagen in Schweden. Und der ist jetzt gebranntes Kind. Er hat jetzt auch erkannt, ja hoppla, der Medizinindustrie darf ich nicht mehr so ohne weiteres auch nur ein Wort glauben. Und das hat ihn zu dieser Vernunft bewegt. Weil er gebranntes Kind ist, sozusagen. Ja, und dann, wie geht es weiter hier? Professor Homburg, wieder bei Punkt Peradovic, das scheint sein Hauptsender zu sein, oder so ähnlich wie die Frau heißt in der Sendung. Und er zeigt eben ganz drastisch, was für eine drastische Untersterblichkeit wir verglichen mit 2018 erzeugt haben. Na, Schluck Wasser. Und damit zeigt er ja, dass wir die Sonderwegler sind und nicht die Schweden und die Weißrussen. Wir sind der Sonderweg. Der Sonderweg der Zerstörung der Wirtschaft Europas. Ja, und das habe ich ja schon gesagt, dass der Durchschnitt der Vorjahre, den zu nehmen, dass das Propaganda ist, nur die Sterblichkeit 25.100 so und so viel Grippe drohte im Jahre 2018. Das ist der einzige, die einzige vernünftige Vergleichsbasis. Attila Hildmann war in einem Interview zu sehen, er fordert so indirekt mit seiner Sprache irgendwo den Rücktritt von Kanzlerin Merkel. Ja, und dann die Corona-Zahlen. Also nochmal zu Professor Homberg und Attila Hildmann nochmal ergänzend. Der Fehler wird auch immer gemacht, ja, wenn Sie Tagesschau oder heute gucken, ja, achten Sie mal drauf, wie Propaganda mit Zahlen gemacht wird, ohne böse Absicht. Denn die Leute meinen es ja nicht böse, die wollen, die irren sich alle nur einfach. Die haben halt überhaupt keine statistische Ausbildung, ja, wenn sie die Corona-Zahlen der angeblich Infizierten bringen. Da wird ja natürlich erstmal schon gar nicht gesagt, dass die natürlich von der Menge der Tests abhängig sind und also willkürlich verändert werden können, ja. Und dass man aber, wenn man dann die Infizierten sieht, dann sieht man doch die Genesenen. Und dann vergessen die zu sagen, ja bitte, dann ziehen wir doch jetzt mal von den angeblichen Infizierten, die natürlich willkürlich sind, weil sie von der Testmenge abhängen. Und dann ziehen wir doch mal davon die Genesenen ab und dann dürfen wir nicht vergessen, davon auch noch die Toten abzuziehen, ja. Und dann bleibt ja fast nichts übrig. Ja, und dann würde man nämlich, wenn man gut umgehen könnte mit Zahlen und eine gute statistische Ausbildung hätte, dann würde man sagen, ja, hoppla, da ist ja fast nichts mehr. Da ist ja fast gar nichts, ja. Ja, aber wie gesagt, wenn man keine gute statistische Ausbildung hat, dann macht man halt solche Fehler. Bodo Schiffmann mit seiner Partei Widerstand 2020 macht wieder Sendungen natürlich. Und er bringt noch einen neuen Aspekt rein, nämlich den neuen Aspekt, ja, also viel mehr Prozente sind ohne die Impfung gesundet, ohne irgendeine Impfung gesundet. Also sind irgendwie 98 Prozent oder irgend sowas hat er genannt, der Großteil der Menschen gesundet also durch die Naturimpfung, durch Corona selbst, ja, als die Impfung je schützen würde. Denn diese Impfungen haben ja nur eine Schutzquote vielleicht von 50 Prozent maximal überhaupt oder so. Und insofern zeigt er nochmal auf, dass die Naturimpfung natürlich viel besser ist, als eine Impfung, die gerade mal nur 50 Prozent schützen würde, ja. Gut. Die Nachdenkseiten, ja, die machen wieder einen entscheidenden Denkfehler, sie erkennen nicht, dass wenn wir die Wohlfühlstimme einführen, ja, dass dann es völlig egal ist, ob ein Betrieb staatlich ist oder privat ist. Denn es gibt dann Verdienstzuschläge, nur noch, wenn die Wohlfühlstimmen der Kunden, denken wir an Wasserwerke, ja, wenn jetzt das Wasserwerk, im Moment ist es ja so, dass die Wasserwerke im Prinzip selber unterscheiden, auf welche Giftstoffe hin gar nicht, sie gar nicht untersuchen, weil das eben peinlich wäre, ne. Und, ja, und in Zukunft wird es dann so sein, die Wasserwerke, die hingehen und sagen, wir machen jetzt wirklich sauberes Wasser, die werden dann in ihrem Einzugs, also das Gebiet, was sie beliefern von Deutschland, da werden die Wohlfühlstimmen dann auf sie bezogen, ja, und die Gesundheitsdaten natürlich mit. Und wenn dann die Leute sich gesünder entwickeln als in anderen Bereichen der Gesellschaft, dann gibt es Verdienstzuschläge an diese und dann ist es völlig egal, ob die für einen Staatsbetrieb oder einen privaten Wasserbetrieb arbeiten, sie werden immer alles dafür tun, dass das Wasser blitzeblank sauber ist und alle Gifte draußen sind, auch die, auf die man früher gar nicht untersuchen wollte, weil es peinlich gewesen wäre. Nur richtig entsprechen sie dann die Nachdenkseiten von dem Marktversagen, denn das ist es tatsächlich, denn das habe ich ja eben aufgezeigt, hier, wo habe ich es gemacht? Ich kann es auch hier machen, es ist ja eh nicht im Bilde. Hier, die Marktversagen ist überall, in allen Bereichen der Marktwirtschaft, auch in den Institutionen, es gibt immer das Marktversagen, dass gewinnbringende und karrierefördernde Irrtümer sich massenhaft ausbreiten und zu einem riesigen gesamtvolkswirtschaftlichen Schaden führen, der mindestens diese 0,5 Billionen pro Jahr für Deutschland allein Verlust bedeutet, sodass dann die Beendigung der Marktwirtschaft uns ein gewaltigstes Wirtschaftswunder bringen würde. Ja, und dann irgendwie, was die Nachdenkseiten da noch äußern, würde uns militärisch entwaffnen, würde uns also in die Situation bringen, dass wir wie die nordamerikanischen Indianer, wie Saddam Hussein und sein Irak abgeschlachtet werden, wie Gaddafi und sein Libyen, Europa wird dann abgeschlachtet, weil es sich nicht mehr wehren kann. Ja, dann muss ich noch hier zum Schluss, für heute mache ich noch die tägliche Kur und Kür. Ja, also, haben wir alle erwähnt, Sarah Wagenknecht, wie gesagt, würde uns ruinieren, indem sie die Reichen aus dem Lande treibt, indem sie sie so hoch besteuert, dass die sagen, naja, ich gehe in ein viel schöneres anderes Land, da zahle ich nur die Hälfte der Steuern und da ist doch die Lebensqualität viel besser, also, dass Nico Pech funktioniert nicht, haben wir ja gestern auch in der Talkshow immer wieder gesagt, weil eine Genügsamkeitsaufforderung wird konsumsüchtige Menschen nie erreichen, nur durch die Wohlfühlstimme können wir die Konsumsucht beenden, die führt zu einem echten Degrowth und zu einem echten Postwachstum und ja, Kevin Kühnert würde uns dazu versorgen, dass unsere Wohnungen kaputt gehen und Rainer Mausfeld mit seinem, die Zentren der Macht irgendwie angreifen, naja, würde uns da auch wahrscheinlich die Reichen aus dem Lande vertreiben und damit wären wir alle kaputt und ja, das habe ich ja schon gesagt, dass Fridays for Future und so weiter leider im Moment anstatt den Kohlenstopp 2026, der Next Scientists for Future sozusagen, ach so, da ist es dann zu, ja, letztendlich anzunehmen von den Next Scientists for Future, reden die mit allen möglichen verrückten Leuten und werden dadurch auch immer weltfremder und immer unrealistischer und so weiter, naja, so ist das halt. Ja, so, dann haben wir doch unser Tageswerk geschafft, es sei denn, es kommt noch eine Eilsendung heute Abend oder so, aber das war's mit der wissenschaftlichen Tagesschau heute für jetzt mal eben. Tschüssi!